Jetzt gilt es, lieber Dr. Wolfgang Wodak, lieber Prof. Sucharit Bhakti und Frau Stefan Homburg, Stefan Hockertz und all die anderen Prominenten in der Corona-Nachdenklichkeit sozusagen. Jetzt gilt es, nicht mehr drumherum reden, mitregieren mit wir 2020, Bodo Schiffmann, die jetzt mit den Next Scientists for Future vom Weltrat jetzt die Riesenchance haben. Diese Partei hat jetzt ein Potenzial, wenn alles intern jetzt auch so wirklich verstanden wird von 56 Prozent und bei der Bundestagswahl so zwischen 15 und 20 Prozent sollten möglich sein bei der Prominenz. Aber jetzt müssen auch alle Prominenten, eine Partei ist nichts ohne prominente Persönlichkeiten, ja. Und in Servus TV in Österreich und es sind Professor Bhakti und vielleicht noch Professor Harditsch können wir aus Österreich, ja. Also alle jetzt mitregieren, alle die Prominenz beizutragen haben, denn es hat keinen Sinn zu reden, denn sozusagen die, es geht in der Politik nur noch darum, das Gesicht nicht zu verlieren. Und alles, was jetzt geredet wird und so gut gemeint die Tour ist, sozusagen die Deutschlandtour von Samuel Eckert und Dr. Bodo Schiffmann und so weiter, so gut das gemeint ist, das ganze Gerede wird nichts bringen. Die Politik wird sich nicht die Deutungshoheit wegnehmen lassen, die bedeutet bloß das Gesicht nicht verlieren. Es muss im Nachhinein alles richtig gewesen sein, was gemacht wurde, ja. Und da hat alles Gerede keinen Sinn, ja, sozusagen die, wir werden wahrscheinlich bis zur Bundestagswahl mit dem gesamten Terror leben müssen, sozusagen und wir haben nur durch die Bundestagswahl die Chance mit 20 Prozent, mit 15 Prozent von den 56 Prozent der Next Scientists for Future sozusagen das zu erreichen. Und unter dieser Sendung finden Sie die Links, diesmal, achso, unser Tagesbild wird man ja nicht vergessen, finden Sie, ich glaube, der muss noch ein bisschen tiefer, der Onkel Doktor, ne? Ja, so, da finden Sie unter der Sendung, ich gucke gerade mal hier zum Beispiel, hier, ja, hier finden Sie mittlerweile vier Links, und da ist auch noch das vom Lehrer Mafi mit dabei, mit den Zeitangaben, wo Sie gucken können. Und heute unter der heutigen Sendung wollte man dann auch die Gespräche mit dem entstehenden Hamburger Landesverband von WIR 2020 über die Gesundheitsreform, kommen wir Reform Ernährung, Gesundheit und Pflege, der Next Scientists for Future wollte man, will man jetzt zuerst haben. Also Sie haben hier die vier alles entscheidenden Links. Alles, alles andere wird uns dann sozusagen nichts bringen, denn die Politik kann jetzt ihr Gesicht nicht verlieren und die Medien auch nicht, denn sie müssten ja dann zugeben, dass sie alle, also nicht neutral und nicht sachlich berichtet haben. Und das wird niemand tun, ne? Das wird niemand tun. Wir brauchen jetzt euch, alle euch, Prominente, ihr müsst jetzt alle mitziehen, bitte alle mitziehen, denn eine neue Partei ohne prominente Personen, die auf nicht mindestens 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen kommt, hat keine Chance bei der Bundestagswahl, ja? Jetzt gilt es also weiter nur rumreden oder jetzt handeln und jeder Prominente, leider die 23 Professorinnen und Professoren, auch sogar die ehemalige Bundesministerin, Bundesgesundheitsministerin des Weltrates, die haben alle nicht mehr diese Prominenz, ja? Die kennt die Namen, viele kennt man nicht, die Leute sind halt extrem gut, aber nicht prominent, das ist manchmal auch ein Gegensatz, ne? Und, und, aber ihr seid prominent und eure Prominenz braucht es. Ohne das hat Deutschland keine Chance, weil wir dann in drei Jahren kriegen wir dann die Elefantenkrippe und dann kriegen wir die Giraffenkrippe und dann kriegen wir dies und das, weil eben sonst dann die vorteilbringenden Irrtümer immer weiter laufen, ja? Und die Formel, also die Next Scientists for Future, all das komplizierte, moderne, wissenschaftliche, lässt sich ja auf die Kurzformel zusammenfassen, sozusagen, mache ich gleich die Formel, Moment, aber erst einmal, alle diese Sender hier, lesen sie sich durch, von ServusTV bis Eva Herrmann, von Nachdenkseiten bis Archivkanal Dave Brüch, übrigens, Dave Brüch, da haben wir wieder seine neueste Sendung über Schweden, haben wir wieder in der Playlist 4 im Endbereich, also wie immer im Playlist 4 Endbereich, neue Sendung von Dave Brüch zum Thema Schweden, ja? Ja, lest euch das alles durch und sprecht mit diesen Sendern, nehmt Kontakt auf mit den Sendern, wenn ihr die abonniert habt und so weiter. Alle müssen sie jetzt berichten über, darüber. Alle Prominenten mithelfen bei Wir 2020, mitdiskutieren bei Wir 2020, mit den Reformen der NextScientistsForFuture.de, also noch einmal hier das Motto, mitregieren statt rumreden, ja? Also jetzt gilt es, hier, diese Sätze gelten jetzt, alles andere ist Zeitvergeudung, ja? Ja, also, jetzt gilt es und bitte nicht mehr alle Leute Zeit vergeuden, ja? So, jetzt noch ein paar Aspekte. Kurznachrichten erst und dann die Erklärung, wie die Reformen gehen. Ja, im Osten hatten die Menschen ein besseres Wohlfühlen, weil sie etwas weniger VIs hatten, also vorteilbringende Irrtümer. Also, wir müssen uns klar sein, dass unser jetziges Wirtschaftssystem ganz aggressiv immer, immer dann, wenn ein Irrtum zum Beispiel zustande kommt. Zum Beispiel, Zucker ist ein harmloser, guter Stoff, den man in alles reinmengen kann, der gesundheitlich unbedenklich ist auf Dauer und ist einfach extrem billig. Und Süßstoffe sind vielleicht sogar noch billiger, also mengen wir in Zukunft Süßstoffe rein. Und in unserem Wirtschaftssystem wird eine Firma, die diesen Irrtum im Kopf hat, dieser Irrtum wird sich ruckzuck als vorteilbringend erweisen, weil dann sozusagen der Gesellschaft billige, preiswerte Produkte, die ganz viel Nachfrage finden, verkauft werden können und dabei die Bevölkerung faktisch durch das zu viel an Zucker und Süßstoffen vergiftet wird und krank wird und chronisch krank wird. Und solche Mechanismen waren für ein paar Jahrzehnte im Osten nicht da. Und dadurch haben die etwas weniger vorteilbringende Irrtümer gehabt, also lebenszerstörende Irrtümer. Und deswegen war die Lebensqualität sicherlich im Osten höher, wenn auch die materielle, also wir im Westen hatten immer mehr Geld, aber mehr Unglück. Und im Osten hatten sie etwas mehr Lebensfreude und Lebenslust, weil sie etwas weniger vorteilbringende Irrtümer hatten. Ich gehe darauf mal direkt ein, noch einmal, um zu schildern, wie das ist mit den zum Beispiel mit den glückszerstörenden vorteilbringenden Irrtümern. Also nochmal kurz die Formel. Die Next Scientist for Future, sie brauchen nur zu verstehen, was die Formel bedeutet. V.I.s aussterben lassen durch P.A.s. V.I.s, vorteilbringende Irrtümer, aussterben lassen durch positive Anreize. Also mal ein paar Beispiele jetzt hier. Hier ist also ein Früharzt und Frühhändler und der sagt die Wahrheit und sagt, lebt nur einfach weiter so schön, natürlich, dann seid ihr glücklich, habt starke Immunsysteme, braucht euch um nichts zu kümmern. Und dann kommt der erste Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der sagt so Sachen wie, ach ja, all euer Geschmuse, das ist ja ekelhaft, widerlich, das sollte nicht sein und das ist ja schlecht und böse und jede Art von Körperkontakt oder gar Sexualität ist ja widerlich, das ist nur unter ganz bestimmten Regeln zu gestatten und fast alles, fast alle Möglichkeiten oder fast alle Situationen, da ist Sex nicht anständig, sondern es ist nur anständig unter ganz bestimmten Bedingungen, also irgendwie verheiratet und dann mal Sex haben, um ein Kind zu zeugen, das ist okay, aber alles andere ist böse und schlecht und schmutzig und mal sind die Leute zu alt, mal sind sie zu jung, mal sind sie dies und mal sind sie das. Also alles ist schlecht, unterdrückt das, das ist zur menschlichen, anständigen Leben gehört sich das zu verbieten, all diese schmutzigen Dinge. Und schon verschwindet mit dieser Idee, dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringend, weil nämlich die Leute dann, die Zuhörer all ihr Liebesleben unterdrücken, unglücklicher werden und das ist typisch für den Westen eben und dann eben mehr kaufen und dann kann dieser Früharzt und Frühhändler zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drostenwieler und Lauterbach und von Aldi und wie sie alle heißen, während dieser hier tendenziell ausstirbt. Ja, hier verendet die Linie, weil da eben nicht genügend Umsatz gemacht wird und jetzt muss man positive Anreize setzen und muss jetzt hier den Wahrheitsträger, die es ja immer noch gibt, zum Beispiel mit den Ausnahmeärzten Budak, Bagdeo, Schiffmann und so weiter, diese Leute muss man gezielt belohnen, sozusagen für ihre Wahrheiten und ihre positive Wirkung auf unsere Gesundheit und diese, die unserer Gesundheit schaden, da muss man die positiven Anreize so setzen, dass also nur der, wer die Gesundheit fördert, muss belohnt werden und wer die Gesundheit schädigt mit diesem zum Beispiel zu viel Zucker und zu viel Süßstoffe und so weiter und mit dieser Unterdrückung des Liebeslebens, ja, der muss in die Aussterbensposition kommen, ja, und dadurch ändern dann alle Firmen sehr schnell, verlieren ihre vorteilbringenden Irrtümer, deswegen heißt ja vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Das ist die Weltrettungsformel für alles, für alles, wirklich für alles. Ihr braucht keine weitere Formel mehr, vergisst all die anderen wirren Konzepte, wie die Welt besser werden könnte, es geht nur dadurch, ja, und natürlich sind wir bereit, gerne mit solchen Gegnern zu diskutieren, wie Gemeinwohlökonomie oder Bürgerratkonzepte und so weiter, ist alles schön und gut und da können wir mit Argumenten eben sagen, warum die sich irren und wo die sich irren. Wir brauchen nur diese eine Formel, ja, und ich schaue nochmal kurz hier, was ich noch hier habe. Jetzt gehen wir nochmal auf die vorteilbringenden Irrtümer der Politik ein. Ja, die Lobbyisten, also zum Beispiel ein zentraler vorteilbringender Irrtum der Politik ist, also ein Irrtum, der zwangsläufig entsteht in der Politik, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion müssen immer Irrtümer in unseren Gehirnen entstehen, das ist Naturgesetz, ja, weil die Evolution ein grundsätzlicher Ungleichheitsgenerator ist, also ein Ungleichheitserzeuger ist, ja, eine Ungleichheitserzeugerin ist, über Mutation und Selektion, Variation und Selektion, genauer. Die Lobbyisten, ja, dieser Irrtum kommt irgendwann auf, die Lobbyisten bringen wertvolle Information. Und wer jetzt diesen Irrtum glaubt, der erweist sich dann als vorteilbringend, denn dadurch eröffnet man sich den Einstieg in die Welt der Reichen. In Wahrheit wiederholt man zwar nur die vorteilbringenden Irrtümer der Firmen damit, aber mit diesem Irrtum, also mit diesem Irrtum, die Lobbyisten bringen wertvolle Info, also das ist der vorteilbringende Irrtum, und mit diesem vorteilbringenden Irrtum eröffnet man sich die Welt der Reichen und dieser Reichtum färbt dann ab und geht über auch auf die Politiker. Ja, ja, und insofern, ja, sozusagen verbreitet sich dieser vorteilbringende Irrtum natürlich rasend schnell. Also ich zeige es nochmal kurz hier, oder ich lese es erst zu Ende hier. Ja, und zeige das jetzt hier nochmal. Also, hier haben wir den Politiker, der in der Welt der Wahrheit lebt. Der wird keinen besonderen Erfolg haben, keine besonders vielen Kinder hinterlassen können, nicht besonders reich werden und so weiter. Aber hier der, der mit dem Irrtum. Lobbyisten bringen wertvolle Informationen, ja, und dadurch öffnet sich die Tür zur Welt der Reichen, zur Welt der Konzerne, zur Welt der Jobs nach der Politik, zur Welt der Vortragsaufträge und so weiter, ja. Da entstehen Freundschaften und dann kann so jemand viel mehr Kinder ernähren und wird extrem erfolgreich und so sind dann Politiker immer mit diesem Irrtum, sind mit der Zeit, haben sich ausgebreitet und sind erfolgreich geworden, ja. Und diese vorteilbringenden Irrtümer verbreiten sich dann auch sehr schnell an die anderen Politiker, weil die ja sehen, aha, dieser Politiker ist enorm erfolgreich und auch reich und wirtschaftlich geht es ihm sehr gut und alles. Und da kann sich eine Villa mit vier Millionen leisten und so weiter. Ja, und das ist eben genau der Punkt, also. Und wie, jetzt muss man, also, wie heißt die Formel? VIs aussterben lassen durch PAs. Jetzt setzen wir positive Anreize, das heißt also, wir müssen wegkommen davon, dass wir die Politiker immer nur nebulös beurteilen. Nebulös beurteilen, so genau wissen wir ja eigentlich gar nicht, ob die Regierung uns jetzt gut getan hat oder uns geschadet hat und so weiter. Und dann machen sie uns Versprechungen, dass demnächst alles noch viel besser wird, also jetzt endlich alles besser wird und so weiter. Und dann, wir können das gar nicht beurteilen als Wähler. Wir haben gar keine Informationschance. Und wir können auch die ganzen komplizierten Zusammenhänge überhaupt nicht beurteilen. Geht es uns jetzt schlechter, weil es der Welt schlechter geht und unsere Politik uns noch so weitgehend wie möglich davor gerettet hat oder geht es uns jetzt schlechter, weil die Regierung uns kaputt gewirtschaftet hat? Können wir doch gar nicht beurteilen. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel so harte Daten wie zum Beispiel als positiven Anreiz, die Wohlfühlstimme statt Vermutungen. Ja, ob uns eine gute Partei gut tut, dafür brauchen wir harte Daten. Und zum Beispiel, wenn dann alle in jeder Kommune und in jedem Bundesland zum Beispiel alle Leute ja ihre Wohlfühlstimmen abgeben und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten eventuell noch erhoben werden und die Wirtschaftswunderdaten der jeweiligen Länder, dann sehen wir ja zum Beispiel, dann können wir nämlich eine Partei beurteilen. Dann sehen wir nämlich, aha, überall wo in allen Bundesländern und Kommunen, wo die CDU an der Regierung ist zum Beispiel, entwickeln sich zum Beispiel jetzt die Wohlfühlstimmen negativer. Überall wo die Grünen und die SPD an der Regierung sind zum Beispiel, entwickeln sich, das ist wirklich nur ein Beispiel, entwickeln sich die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftsdaten relativ dazu etwas besser. Jetzt kann uns dann also die Regierung erzählen, so viel wie sie will, dass also in ganz Deutschland es schlechter wurde, weil die Weltsituation schwieriger wurde. Ja, aber warum konnten es dann die SPD schaffen, dass in den Bundesländern es trotzdem, SPD und Grüne schaffen, dass es uns etwas besser ging und warum ist es in den CDU-Ländern eher schlechter gegangen oder genau umgedreht? Wie gesagt, ist ja nur ein Beispiel. Und damit können wir dann an den Daten, die uns die Seite des Statistischen Bundesamts und Wahlamts Wiesbaden und die Seite des Bundeswahlleiters, wo wir ständig diese Zahlen voll transparent sehen, die mit den Tiefpunkten jeweils kurz vor den Wahlkämpfen, wo dann wahrscheinlich die Tiefpunkte der Wohlfühlstimmen der Bürger liegen dürfen, also in der Zeit vor den Wahlversprechungen. Da haben wir dann also harte Daten und damit setzen wir positive Anreize, weil jetzt die Parteien sagen, ja, jetzt müssen wir als Partei in jeder Kommune, in jedem Bundesland, aber natürlich auch im Bund dann immer Top-Leistung bringen, während wir vorher eigentlich sehr viel Zeit damit verbringt gebracht haben, mit den Lobbyisten, mit den Reichen, mit der High Society zu leben und eben dort eben diesen Reichtum, dieser Reichtum ist so auf uns übergelaufen und so weiter und die Bürger und echte Reformen und die besten Berater der Welt, wie die Next Scientists for Future, das war uns alles relativ egal, konnte uns egal sein, weil es gab ja sozusagen, die Bürger hatten ja keine klare Information darüber, wer nun gut ist für die Bürger und wer nicht. Aber zum Beispiel mit so einer positiven Anreizsetzung wie den Wohlfühlstimmen oder es gibt auch andere positive Anreizsetzungen wie diese sogenannten Vorwahlensysteme, die ich letztens beschrieben habe, also unsere repräsentative Wählerstichprobenwahlen, das setzt auch wieder einen positiven Anreiz, weil dann nämlich dieser positive Anreiz nämlich bedeutet, hoppla, die Bürger können jetzt neue Reformer jederzeit prüfen und hochwählen in diesen Vorwahlen und wenn ich dann nicht selber auch mich ständig um bessere Reformkonzepte kümmere als Politiker, bin ich schneller abgewählt, als ich gucken kann. Also auch da wieder ein positiver Anreiz, der den Politiker den Rahmen gibt. Ich muss jetzt ununterbrochen für die Bürger arbeiten und habe jetzt gar keine Zeit mehr für die Lobbyisten und für die High Society und für die Reichen und so weiter, weil ich sonst ja sofort abgewählt werde, weil eben dann jetzt diese positiven Anreize das erzwingen. Aber warum sollten jetzt die Politiker sich das gefallen lassen und selber die Wohlfühlstimme oder die Vorwahlen durch repräsentative Wählerstichproben und so weiter zulassen, die ihnen ja neue Anreize setzen? Na ganz einfach, sie werden es dann zulassen, wenn wir sie mit Diätenüberhöhungen und mit Altersversorgungserhöhungen so überschütten, dass es mehr ist, als ihnen die Lobbyisten, die High Society und die Reichen so bieten, sozusagen, denn und dazu kommt ja dann auch noch, dass die Politiker durch die Next Scientists for Future verstehen können, dass auf sie ein tausendmal glücklicheres, gesünderes, langlebigeres Leben in einem Wirtschaftswunderland Deutschland wartet und wenn wir sie dann noch vorüber, also dann all die aktiven Politiker aller Parlamente und Stadträte und so weiter überschütten mit Erhöhungen der Diäten, sozusagen, und das können wir uns leisten mit den enormen Einsparungen durch die Reformen der Next Scientists for Future, dann werden sie dieser Änderung zustimmen, sozusagen, und weil sie dann auch sehen, egal ob dann vielleicht die Welt der Reichen noch mehr Geld bietet, aber die Welt der Reichen kann ihnen nicht bieten für ihre Kinder, Enkel und Urenkel tausendmal mehr Lebensfreude, tausendmal mehr Gesundheit, viel mehr Langlebigkeit bis zu einem Maximum von 127 Jahren, ja, das, das ist der Grund, warum und dann die zukünftigen Koalitionspartner von wir 2020 mitspielen werden, denn wir werden es nicht im ersten Anlauf, das wäre schön, aber wir werden die gesamten 56 Prozent der Testwahlen, denen sich die Next Scientists for Future.de unterzogen hatten, wir werden nicht die ganzen 56 Prozent in der ersten Bundestagswahl kriegen. Wir müssen froh sein mit 15 bis 20 Prozent und dann mit einem Mitregieren und deswegen nochmal zurück hier, ich gehe lieber doch nochmal ein bisschen tiefer, so, so, ja, sozusagen hier. Deswegen, also, komme ich wieder zurück auf den Anfang, liebe Leute. Immer nur gilt, also ihr merkt, dass wir jetzt alles mit dieser neuen Sprache, die Next Scientists for Future hatten sich ja in einer Telefonkonferenz mit dem Weltrat und die Next Scientists for Future, einige der Professoren hatten sich auf diese neue Formel geeinigt, V.I.s aussterben lassen durch P.A.s. Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Das ist die neue Feldformel und ihr seht, wir können alles untersuchen, die Politikssituation und immer kommen wir aus mit zwei Begriffen, Vorteilbringende Irrtümer und positive Anreize. Ja, nur mit diesen zwei Worten kommen wir aus. Da steckt die ganze große Forschungs-, das ganz große Forschungsergebnis der Next Scientists for Future, des Weltrates, der letzten über 50 Jahre, 52 Jahre, steckt in diesen, eigentlich sind es ja drei Worte, aussterben lassen. Das erinnert uns an das evolutionsbiologische, naturwissenschaftliche Fundament, ohne dass alles andere Pseudowissenschaft ist. Und deswegen also, Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen, also vor evolutionsbiologisch naturwissenschaftliches Fundament und positive Anreize setzen auf Basis dieses naturwissenschaftlichen Fundaments. Und das also, lieber Dr. Wodak, bitte jetzt alle aktiv werden und alle Kräfte konzentrieren. Die Politik wird es schaffen, die Medien werden verhindern, dass die Politik ihr Gesicht verliert, weil sie dann auch selber ihr Gesicht verlieren würden. Dagegen kommen wir nicht an. Wir kommen nur mit 20 Millionen Klicks an und wir kommen nur mit einem Bundestagswahlergebnis von circa 15 bis 20 Prozent kommen wir an gegen das Ganze und können dafür sorgen, dass es nie wieder Schweinegrippe gibt, nie wieder Corona und auch keine Elefantengrippe und nichts anderes gibt. Ja, also deswegen, tut was, tut jetzt endlich das Richtige. Alle Leute, ach, tut endlich das Richtige. Tschüssi, bis bald.